Wir sind versammelt, um Gott zu loben und zu preisen. Wir sind auch versammelt, um sein Wort zu hören, nicht die Worte eines Menschen, sondern wir kommen zusammen jede Woche, um in Gottes Wort uns zu vertiefen, in die Heilige Schrift, vor allem das Neue Testament und auch das Alte Testament. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal mit dabei bist von zu Hause aus oder unterwegs, sollst du unbedingt drei Dinge wissen. Erstens, Jesus Christus ist das Zentrum, die Mitte von allem, was wir hier tun. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Die Bibel, das Wort Gottes ist unser Maßstab, wie wir denken. Und wir lassen auch unser Denken erneuern durch das Wort Gottes, damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist. Und das Dritte ist, wir hören hier Woche für Woche Predigten und meistens sind es Serien. Und ich möchte dich willkommen heißen zur Serie Unser Kampf. Und wir sind in einem Kampf und das ist heute Teil 4. Also wenn du einen Teil verpasst hast, die ersten drei Teile, dann geh auf unserem YouTube-Kanal oder auf Spotify oder auf unsere Webseite. Dort kannst du alles nachschauen und nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir beginnen mit 1. Timotheus 6 wieder, Vers 12. Da steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Sagen wir das gemeinsam. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Wörtlich, eigentlich ganz wörtlich, heißt es so, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf, in dem wir uns befinden, ob wir das merken oder nicht. Es ist ein guter Kampf, weil wir nicht gegen Menschen oder Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte der Finsternis und weil wir auf der Seite von Jesus sind und Sieger sind. Und in jedem Kampf gibt es natürlich auch Feinde und wir haben vor zwei Wochen die ersten beiden Wochen gesprochen über den ganz großen Feind in unserem Kampf, nämlich die Ablenkungen des Lebens. Wir sind alle immer wieder abgelenkt oder geht es nur mir so? Ablenkungen und dann wird zwei Wochen damit verbracht, weil das ist wirklich ein Kampf, den wir im Glaubensleben haben, den eigentlich jeder Mensch hat, diesen Kampf gegen Ablenkungen zu gewinnen. Und letzte Woche und heute und nächsten Sonntag, also drei Wochen, werden wir über unsere Umstände sprechen. Jeder von uns hat gewisse Umstände und jeder von uns hat auch gewisse Erwartungen im Leben. Und wenn die Erwartungen und die Umstände nicht zusammenpassen, dann kriegen wir oft eine... Glaubenskrise oder das, was wir hören, was Gott uns angeblich versprochen hat und so weiter und dann trifft das nicht ein, dann kommt es oft zu einer Glaubenskrise. Und ich möchte dir sagen, nicht deine Umstände sind dein Feind, sondern deine falschen Erwartungen im Leben. Unrealistische Erwartungen sind das Samenbeet, wo Depression zum Beispiel wachsen kann. Wenn du glaubst, weil jetzt habe ich geheiratet, jetzt wird sie mich glücklich machen in alle Ewigkeit, wach auf, sie wird dich nicht glücklich machen in alle Ewigkeit und ehrt dich auch nicht. Wenn du das erwartest, ist deine Ehe von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn du aber weißt, ich bin verantwortlich dafür, Glück mitzubringen und wenn beide Seiten das wissen, dann können wir etwas ganz Besonderes schaffen. Pass gut auf. Trotz Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, trotz Hindernisse, trotz Leid und Trauer und all der Dinge kann man im Leben Freude haben. Hör ich einen Amen. Freude ist nicht abhängig von deinen Umständen, egal wie positiv sie sind oder wie negativ. Ich gebe euch einen Beweis. Wer von euch kennt Menschen, die fast perfekte Umstände haben und trotzdem leben sie grantig? Kennst du solche Menschen? Und da kennt niemand, oder? Nur mir begegnet, es gibt eh nur zwei, drei in ganz Wien, aber sie begegnen mir ständig. Also irgendwie laufe ich ständig den drei gleichen Leuten über den Weg. Aber es ist auch so, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Oft schon gewählt, weltweit. Das wissen viele nicht. Wien wurde weltweit öfter schon als die lebenswerteste Stadt der Welt gewählt. Und wofür sind wir hauptsächlich bekannt? Grant. Also, was soll ich sagen? Die Umstände haben sehr wenig zu tun mit unserer Freude, vielleicht kurzfristig, aber es ist nicht davon abhängig, ob du gute oder schlechte Umstände hast. Die Freude, die wir haben, kommt von einer anderen Quelle. Und bitte verpasst diese Botschaften nicht. Sie werden dir gewaltig helfen. Einer meiner Söhne hat Autismus und er ist ein Mathematik-Genie. Also, wenn du um den Kopf rechnen willst oder so mit ihm, dann hast du einen Spaß mit ihm. Der kann innerhalb von Sekunden dir sagen, wie viel 5387 plus 4789 ist. Und bevor du noch geblinkt hast, hast du die Antwort aus dem Kopf. Also, probiere ihn einmal, er ist da ziemlich gut. Und er tut auch gerne, mich ein bisschen sugieren immer, wer ist der Größte aller Zeiten? Goat. G-O-A-T. Wer kennt das? Goat. Who is the goat? Und dann reden wir über Fußball zum Beispiel. Jeden Tag habe ich die Frage, ja. Wer ist der Größte? Immer wieder. Hat er vergessen, was ich gestern gesagt habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fragt er mich und dann ist es immer zwischen Messi und Ronaldo. Wer ist für Messi? Darf ich fragen? Bravo, bravo, bravo. Wer ist für Ronaldo? Okay, ist auch nicht schlecht. Die anderen kennen sich nicht aus, ja. Also, die meisten haben null Ahnung, von was ich gerade rede. Aber ich sage dir, für mich, ich deklariere mich, ich deklariere mich ganz klar, für mich ist Messi spätestens seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft und jetzt, was er in Florida aufführt bei Miami, der absolut Größte aller Zeiten. Okay, das ist meine Meinung. Wie schaut es aus mit Basketball? Ich habe einige Jungs gefragt, manche meinen LeBron James. Aber die größte und wichtigste Antwort ist Michael Jordan. Er ist immer noch der Größte aller Zeiten. Beim Tennis wird es interessanter. Da gibt es immer drei Namen, die erwähnt werden. Nämlich Federer, Nadal oder Djokovic. Und auch da möchte ich mich deklarieren. Für mich ist Novak Djokovic der größte Tennisspieler, der je einen Tennisplatz betreten hat. Er hat 24 Grand Slams gewonnen. Keiner ist so gut wie er. Nie gewesen. Also, ich gebe gleich eine Ruhe. Also, es ist die Frage, wer ist der Größte aller Zeiten? Was hat das mit der heutigen Botschaft zu tun? Ganz einfach. Jesus hat uns vor 2000 Jahren schon gesagt, wer der Goat, der Größte aller Zeiten ist. Und ich lese euch vor. Matthäus 11, Vers 11. Da steht, Amen, ich sage euch. Amen, ich sage. Hey, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch. Unter denen, die von einer Frau geboren wurden. Wer ist von einer Frau geboren worden? Jeder von uns, oder? Unter denen, die... Also, anders bist du nicht in die Welt gekommen. Also, ich werde oft... Hey, ein Weltmeister wurde nicht geboren. Warum? Ist Messi anders auf die Welt gekommen? Also, ich glaube auch, dass der geboren wurde. Also, er wurde später Weltmeister. Aber da steht, unter denen, die von Frauen oder einer Frau geboren wurden, ist keiner, wie viele? Keiner aufgetreten, der größer wäre als Johannes, der Täufer. Doch noch der Geringste im Himmelreich ist größter als er. Er ist jemand, der zu Jesus gehört. Und zu dem Zeitpunkt war Johannes noch nicht Jesusgläubig, in dem Sinn, wie wir heute. Natürlich jetzt ist er es natürlich. Er ist auch im Himmelreich. Aber zu diesem Zeitpunkt, sagt Jesus, es gab keinen größeren Menschen unter den Menschen, der von einer Frau geboren wurde, als Johannes, der Täufer. Und über Johannes, den Täufer, reden wir heute. Und laut Jesus ist er der Größte aller Zeiten. Aber bevor wir das tun und die Geschichte von Johannes uns anschauen, eine kurze Wiederholung, eine kurze Einleitung. Wir haben letzte Woche gesagt, Tragödien oder Schicksalsschläge, Enttäuschungen oder plötzlich veränderte Umstände, Lebensumstände, haben leider, muss man dazu sagen, schon viele Menschen, ich kenne mehr als zwei Handvoll von Menschen, dazu gebracht, auf Gott böse zu sein. Kennt ihr jemanden, der auf Gott schon mal böse war? Oder an Gott zu zweifeln. Oder sich gefragt haben, ist Gott vielleicht böse auf mich? Bin ich so schlimm, dass er mich so hasst? Oder sie haben ihren Glauben verloren oder ihren Glauben verlassen, aufgrund von Umständen. Habe ich recht oder nicht? Wer sagt, dass das stimmt? Gibt es solche Menschen? Leider viel zu viele. Und ich sage dir, genau dagegen wollen wir entgegenwirken. Ich kann das gut verstehen, weil ich in einem Setting aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen zuerst katholisch. Als ich dann zwölf Jahre alt war, kamen meine Eltern und einige andere Familienmitglieder in den freikirchlichen Bereich rüber. Das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her. Und so wie ich aufgewachsen bin in diesem christlichen Setting, wurde oft gesagt, schau dir deine Umstände an, schau auf die Umstände, dann siehst du, ob du mit Gott gut bist oder nicht. Das heißt, wenn du gesegnet bist, dann lächelt Gott auf dich. Wenn du gerade harte Zeiten durchmachst, dann muss was nicht stimmen. Saat und Ernte. Glaubst du an Saat und Ernte? Natürlich glauben wir an Saat und Ernte. Aber wer von euch weiß, es gibt auch Dinge im Leben, die haben mit Saat und Ernte gar nichts zu tun. Die passieren ganz einfach. Und in den Psalmen steht, Gott lässt die Sonne scheinen, auf die Guten wie die Bösen. Dann fragst du dich, wie ein Schauspieler, ich glaube George Burns hat er geheißen, oder so ähnlich, der Kettenraucher war und 105 Jahre alt geworden ist. Und dann fragt man sich, wie kann das sein, jemand, der gottlos lebt, mit Gott gar nichts am Hut hat und raucht nach oben drauf und 105 Jahre alt wird. Und dann gibt es gute Menschen oder gläubige Menschen, denen der Krebs einen Strich durch die Rechnung macht. Kennst du sowas? Und wir müssen aufhören zu denken, dass Umstände der Gradmesser sind, ob wir mit Gott gut sind oder nicht. Das stimmt einfach nicht. Guten Menschen passieren schlimme Dinge. Und leider, ja, nicht leider, aber wir freuen uns ja nicht, wenn es jemandem schlecht geht, aber bösen Menschen passiert auch Gutes im Leben. Wir müssen da wirklich vorsichtig sein. Aber ich bin wirklich so aufgewachsen, dass wir unsere Beziehung zu Gott von den gegenwärtigen Umständen abhängig gemacht haben oder beurteilt haben. Wie die Umstände sind, so ist Gott. Ich habe neulich einmal jemanden gefragt, wie geht es dir? Er sagt, Gott ist gut. Sag ich, super. Ich habe das eh gewusst, aber danke, dass du mir sagst. Und ich sage, warum ist Gott gut? Ich habe gerade einen neuen Job bekommen, wo ich 500 Euro mehr verdiene. Und ich frage den dann, wäre Gott auch gut, wenn du gefeuert worden wärst und jetzt 500 Euro weniger verdienst. Wer sagt, Gott ist immer noch der Gleiche? Er ändert sich nicht. Gott ist derselbe, Jesus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und egal, wie es dir geht, was du durchmachst, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder irgendwas falsch gemacht hast. Nicht notwendigerweise. Umstände sind Dinge, die uns alle ereilen. Und wenn wir unsere Kinder anschauen, warum ist ein Kind missraten? Oder warum ist meine Mutter so frühzeitig gestorben? Warum habe ich ein Kind verloren? Warum habe ich die zweite Fehlgeburt? Und wir wünschen uns Kinder so sehr. Und dann gibt es so viele Menschen, die ständig schwanger werden und gar keine Kinder wollen. Da stimmt doch was nicht, oder? Und darum müssen wir hier sehr vorsichtig sein, weil, und ich werde euch heute zeigen, so wie letzte Woche bei Lazarus, den Jesus sterben hat lassen, bevor er was Größeres gewirkt hat, dass die Umstände kein Indikator sind, wie deine Beziehung zu Gott ausschaut. Wir wollen lernen, unabhängig von Umständen zu leben. An Gott festhalten, obwohl es vielleicht so aussieht, als hätte er dich vernachlässigt oder würde nicht mehr an dir festhalten, was natürlich nicht stimmt. Aber wir haben alle schon Dinge erlebt, wo wir uns gefragt haben, was ist jetzt los? Warum jetzt? Warum ich? Wo ist er? Wo war er? Kennt das jemand? Und das ist, worüber wir sprechen wollen. Und dann natürlich, womit ich aufgewachsen bin und einige hier auch, die schon länger christlich sind, mit diesen Plattitüden oder Floskeln, du musst einfach mehr glauben. Weißt du, das tut richtig weh. Ich sage es mal, das tut richtig weh. Und es ist grundlegend falsch. Weil es insinuiert, dass du zu wenig glaubst. Und weil du zu wenig glaubst, darum geht es dir so, wie es dir geht. Und weil du zu wenig glaubst, darum ist dein Bankkonto im Minus. Und weil du zu wenig glaubst, hast du den Krebs bekommen. Und ich sage dir, ich deklariere hier ganz deutlich, das ist ein falsches Evangelium. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Die besten Menschen in der Bibel haben am größten gelitten. Und lass uns nicht vergessen, der Beste aller hat am allermeisten gelitten. Und wenn wir das grundlegende Evangelium nicht verstehen, haben wir immer ein Problem. Ja? Und da hilft es nichts, wenn du hundert Zeugnisse erzählst. Warum? Weil wenn jemand seinen Sohn verloren hat und du erzählst mir ein Zeugnis von Heilung und von dies und jenes, weißt du, was das mit mir tut? Es haut mich zusammen. Warum Gott, warum Gott hörst du dem sein Gebet, aber mich hast du vergessen. Und ich sage dir, das ist grundlegend falsch. Wir müssen verstehen, dass wir Christen nicht auf Umstände schauen, sondern wir schauen auf Jesus Christus. Und wir halten an ihm fest und wir bleiben dran. Wenn es gut läuft, denken oft Menschen, Gott ist gut und wenn es schlecht läuft, wo bist du Gott? Vielleicht ist er nicht so gut. Das Problem ist, wenn es dir gut geht, geht es jemand anderem schlecht und wenn es dir schlecht geht, geht es jemand anderem gut. Also ist Gott schizophren? Und wer von euch weiß, Christen sind lustig? Zum Beispiel. Zwei christliche Fußballspieler. Einer spielt für Portugal, der andere für Brasilien. Beide beten für den Sieg. Was macht jetzt Gott? Weißt du, was er macht? Nein. Er lässt einen besseren Gewinger. Weil Gott mischt sich in einem Fußballspiel so nicht ein. Amen. Das ist ein falscher Glaube. Wir glauben, dass Gott in allem involviert, er ist in allem involviert, aber er bestimmt nicht über Sieg oder Niederlage, sondern er will, dass Menschen ihn verherrlichen, Sieg oder Niederlage. Und die echten Gläubigen siehst du, dass sie auf den Rasen gehen, Gott loben und preisen nach einem Sieg oder nach einer Niederlage. Denn sie wissen, Gottes Güte hat nichts zu tun damit, ob ich Gott verloren habe oder gewonnen habe. Gott ist gut alle Zeit. Amen. und das müssen wir verstehen. Das ist so grundlegend und das vergessen viele, viele Christen. Sehr, sehr wichtig, dass du, wie wir letzte Woche gesagt haben, hat Jesus ein Szenario kreiert, nämlich Lazarus. Hätte er Lazarus sofort heilen können? Auf der Stelle. Hat er das getan? Nein. Er hat zwei Tage gewartet und hat ihn sterben lassen. Und Martha und Maria haben gesagt, Herr, wo warst du? Wärst du hier gewesen? Wäre unser Bruder nicht gestorben. Jesus heilte ihn nicht, obwohl er ihn sofort heilen hätte können. Er ließ ihn sterben, weil er Größeres geplant hatte. Und ich kann dir versprechen, wenn du Jesus vertraust, wirst du nicht gleich gesund oder gleich gesegnet oder es wird nicht immer gleich alles besser, aber eines verspreche ich dir. Gott wirkt Größeres in deinem Leben zu seiner Ehre und zwar immer. Und eine der wichtigsten Fragen ist nicht warum, sondern was. Gott, was willst du mir damit zeigen? Was willst du damit in meinem Leben vollbringen? Was ist dein Plan? Wer von euch weiß, die warum-Frage lässt uns im Kreis drin. Und letztendlich kommen wir nie drauf. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einer Frau, die 86 Jahre alt ist, die ich persönlich nicht so gut kenne. Ich habe sie einmal gesehen und ich habe diese Geschichte gehört. Sie hat ihren Mann letztes Jahr verloren während der Corona-Zeit und sie musste sich von ihm verabschieden mit drei Leuten in ihrer Garage, weil alles andere geschlossen war. Das war vor zwei Jahren. Und ihr Mann, der mit 85 verstorben ist, sie ist jetzt 86 und als ihre erste Tochter 21 war, ist sie durch einen betrunkenen Autofahrer bei einem Autounfall mit ihrer besten Freundin ums Leben gekommen. Und dann hat sie ihre zweite Tochter verloren im mittleren Alter, so 45, an Krebs. Heute ist sie 86, sie hat einen Dienst in ihrer Gemeinde, wo sie wöchentlich mit 86 zu 10 bis 12 Menschen redet und sie betreut, die eine Glaubenskrise haben, weil was Schlimmes passiert ist. Sie hilft ihnen raus. Und sie sagt wörtlich, Gott hat Größeres mit mir vor. Gott hat Größeres getan. Gott nimmt unsere Zitronen und macht Limonade daraus. Er kann das und er macht das. Weißt du, da gibt es oft auch so Geschichten, jeder kennt ihn mittlerweile, der Mann mit ohne Beine und ohne Arme, Nick, glaube ich, heißt er, Nick Vujicic. Und da gibt es immer die Diskussion, könnte Gott nicht Beine und Arme wachsen lassen? Kann er das? Natürlich kann er das. Will er das? Nein, will er nicht. Der Mann wäre unbekannt mit Beinen und Armen. Und er würde nicht einmal zu einem Prozent so vielen Menschen reden und sie zu Christus führen, wie er es tut, ohne Beine und ohne Arme. Verstehst du, was ich sage? Und wenn du glaubst, dir fehlt ein Arm, dann denk an den, der keine Arme und keine Beine hat. Und es gibt wenige, die in Budapest das Fußballstadion mit 30.000 Menschen füllt. Er füllt es. Immer. Immer, wenn er in Ungarn ist, füllt er das Stadion in Budapest. Also, verstehst du, Gott will dem keine Beine und keine Arme schenken. Er weiß, die Zukunft im Himmel ist gewaltig. Aber hier auf der Erde hat Gott einen größeren Plan. Er heilt ihn nicht, weil Gott etwas anderes geplant hat. Amen. Das ist sehr wichtig. Und dieses Nimm es und es gehört dir und proklamiere es, das ist kein Evangelium, was du bei Jesus findest. Das werde ich dir heute zeigen. Es ist viel, 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 viel größer. Negative Umstände sind kein Zeichen von Gottes Abwesenheit. Positive Umstände sind kein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und deshalb haben wir Hoffnung, egal was unsere Umstände sind. Bitte verwechsel nie deine Lebensumstände mit Gott oder mit seiner Liebe. Er liebt dich. Immer. Petrus hat alles erlebt. Petrus wurde dann auch verkehrt gekreuzigt und er sagte im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Wir schauen nicht auf unsere Umstände, um festzustellen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Wir schauen auf ein Ereignis, wir blicken auf ein Ereignis, das auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem stattgefunden hat, die Auferstehung Jesu Christi. Dort schauen wir hin. Wir fixieren unsere Augen auf Jesus, nicht auf unsere Umstände. Und wenn du ihm vertraust, dann wird er deine Umstände verwenden. Er kann deine Umstände verwenden, Großes zu wirken. Und jetzt kommen wir zum größten Mann, der je gelebt hat, laut Jesus. Wie heißt er? Johannes, der Täufer. Und seine Geschichte ist eine Erinnerung an uns, dass Zweifel, sagen wir mal Zweifel, habe ich euch schon den Titel der Botschaft gesagt heute? Wie heißt der Titel heute? Eine Botschaft an Zweifler. Dass Zweifel ein Teil der christlichen Geschichte sind. Zweifel sind ein Teil unserer Glaubensgeschichte. Wer von euch hat schon mal gezweifelt? Bin ich im falschen Zimmer heute? Wer hat schon mal gezweifelt? Hä? Hast du schon mal gezweifelt? Ich habe diese Woche gezweifelt. Geht's noch? Könntest du damit leben? Ich habe diese Woche gezweifelt. Nicht an Jesus existent, aber ich habe an ein paar Sachen gezweifelt. Und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Ich habe auch Zweifel zugelassen. Wisst ihr, wie ich aufgewachsen bin? Warum zweifelst du? Glaub nur. Du zweifelst schon wieder. Heute möchte ich dir sagen, wenn du Zweifel hast, bist du in der Oase genau richtig. Weißt du, warum ich heute dort bin, wo ich bin, in meinem Glauben und in dem, wie ich die Bibel erkennen darf? Weil ich Zweifel zugelassen habe. Ich habe hinterfragt. Ich habe nicht gesagt, ja, das habe ich so gelernt, das muss ich glauben. Warum? Kennt das jemand? Freunde, es tut mir leid, das zu sagen, so ähnlich bin ich aufgewachsen. Die Kirchen, wo ich war, ich kann mich noch erinnern, als ich auch in der Privatschule war, auf der christlichen Privatschule, wenn wir da eine blöde, zweifelnde Frage gestellt haben, im Bibelunterricht, wir hatten Bibelunterricht in meiner christlichen Privatschule, da hast du manchmal einen Deckel bekommen. Warum zweifelst du so? Und ich sage dir, Zweifel zulassen ist in Ordnung und nur weil du Zweifel hast, heißt das nicht, dass etwas mit dir nicht stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Johannes, so wie Lazarus, Johannes der Täufer, so wie Lazarus letzte Woche, gehören zu den Lieblingsmenschen von Jesus. Sag einmal Lieblingsmenschen. Hast du Lieblingsmenschen in deinem Leben? Mein Lieblingsmensch ist die Christi. Ich gebe es offen zu. Dann kommt lang nichts. Dann kommen die Enkelkinder. Na Spaß. War ein Spaß natürlich. Mein Lieblingsmensch ist die Christi, meine Kinder, meine Enkelkinder. Das ist Faktum. Würde ich für meine Lieblingsmenschen alles tun? Jesus war nicht verheiratet. Jesus hatte keine Kinder. Das heißt, seine Lieblingsmenschen waren wie Family. Amen? Sie waren wie Family. Lazarus, Matta und Maria waren wie Family. Und er hat den Lazarus sterben lassen und sie haben gesagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Ganz oben auf der Liste. Und Johannes war wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar sein Cousin. Sein Cousin. Und noch einmal, Matthäus 11, Amen, ich sage euch, unter denen, die von einer Frau geboren wurden, ist keiner aufgetreten, der größer wäre als Johannes, der Täufer. Er ist der original goat. Er ist der original greatest of all times. Laut Jesus. Das griechische Wort ist das Wort für der größte Maizon. Und wir haben davon unser deutsches Wort Mega. Was Jesus gesagt hat, Johannes ist Mega. Er ist Mega. Er ist der Mega von den Mega. Er ist der Megaste. Hat Jesus gesagt. Über Johannes. Sagen wir es gemeinsam. Johannes ist der Megaste. Der greatest of all time. Und weil Jesus das gesagt hat, macht das, was wir heute hören werden, extrem schwierig, extrem verwirrend oder extrem ermutigend. Johannes war ein Prophet. Er war kein Diplomat. Er hat keine Kompromisse gemacht. Es waren keine Nuancen, keine Zwischentöne. Er hat es gesagt, wie es war. Er war nicht schüchtern. Er war auch nicht kompromissfähig. Er hat direkt gesagt, was er meinte. Und König Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen, der die Kinder getötet hat, damals, wie Jesus geboren wurde, er hat sich entschlossen, die Frau seines Bruders zu heiraten. Und Johannes hat gesagt, das kann ich nicht stehen lassen, das muss ich ansprechen, weil das ist der König. Das können wir nicht dulden, weil was der König macht, machen die Leute auch. Es geht nicht. Und Johannes hat öffentlich angesprochen, das schadet unserer Gesellschaft, das ist nicht gut, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Außerdem war diese Schwester, also war diese Herodias, die Frau von seinem Bruder, die Tochter seiner Schwester, also auch die Nichte von ihm. Mit anderen Worten, er heiratete nicht nur die Frau seines Bruders, sondern auch seine Nichte. Und das geht heute nicht, das ging damals nicht, das geht gar nicht. Gegen Tora, gegen das Gesetz. Und Johannes hat das öffentlich angesprochen. Er hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, er hat es einfach rausgerufen, Ehebrecher, Ehebrecherin. Und die Herodias, die Frau, die neue Frau, der hat das nicht gedacht. Und in Markus 6 lesen wir Vers 19 und 20. Die Herodias verziehen das nicht und wollte ihn umbringen lassen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen, denn Herodes hatte Hochachtung vor ihm, er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war und schützte ihn deshalb. Er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit ihm sprach, hörte ihn, aber trotzdem gerne zu. Du musst eines wissen, Johannes war extrem populär. Johannes der Täufer war ein Volksheld. Ein Volksheld, so wie bei uns Hanse Hinterseer oder so ähnlich. Gibt es den überhaupt noch? Johannes war ein Volksheld. Jeder kannte Johannes, vielleicht die populärste Person in ganz Judäa, er war zu der Zeit ein Volksheld und als er zu taufen begann im Jordan. Wer war schon mal dort? Im Jordan, dort, das ist eine herrliche Geschichte dort. Als er zu taufen begann im Jordan, steht geschrieben, ich zitiere, kam ganz Judäa zu ihm, kam ganz Judäa zu ihm, um ihn beim Predigen zu hören. Das ist natürlich hyperbolisch. Das ist wie wenn ich sage, das Donauinselfest, im Juni ist das gewesen, ganz Wien ist auf der Donauinsel. Das heißt nicht, dass jeder tatsächlich dort war, aber es heißt, da waren Tausende Arbeiter, alle sind auf der Donauinsel. Und damals hat man geredet, alle laufen sich zum Johannes und hören ihm zu beim Predigen. Er war extrem populär. Und selbst wenn es nur 10, 15 Prozent gewesen sind, waren das Abertausende oder Zehntausende, Zigtausende, die ihn gehört haben. Johannes war populär. Und Herodes hatte Angst vor ihm. Wir greifen ihn nicht an, wenn wir den angreifen, dann haben wir Probleme in unserem Land. Und drum schützte ihn Herodes. Er hatte Angst vor einem Aufruhr und so weiter. Und vor allem schützte er ihn auch vor Herodias, aber Herodes wusste, wusste, er wusste von sich selber, dass er schuldig war, dass dieser Ehebruch, dass diese Heirat mit seiner Nichte nicht in Ordnung war. Und er verstand nicht alles bezüglich Johannes, aber er wusste und spürte, an dem Typen ist was dran. Der Typ ist echt. Und schließlich gelang es Herodias dann doch, Herodes zu überzeugen, ihn in den Kerker zu werfen, in den Gefängnis zu werfen. Er steckte ihn in den Kerker, weit weg südlich von Jerusalem, im Jordantal in der Wüste. Und das war sehr strategisch, weil er wollte nicht, dass er zu nahe ist bei der Herodias, er wollte ihn weit weg bringen, dass da nichts passiert mit Johannes. Er wollte ihn auch im Gefängnis und ein elender Ort trotzdem und dann gerät die Geschichte völlig aus den Fugen. Und jetzt wird sehr interessant, vielleicht verwirrend oder ermutigend. Matthäus 4, Vers 12. Als Jesus hörte, was hat Jesus gehört? Dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte. Was hat Jesus gehört? Was hat Jesus gehört? Man hat Johannes den Täufer wohin geworfen? Ins Gefängnis. Was hat Jesus getan? Er ist sofort zum Johannes gelaufen und hat ihn befreit. Stimmt es? Er ist sofort zum Johannes gelaufen. Oh du arm du hier bin ich Jesus komm raus sei frei. Ich bin gekommen den Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Johannes komm Nein. Lesen wir den biblischen Text liebe Freunde was mit Johannes passiert ist. Ich sage es wird dich extrem ermutigen oder verwirren. Beides ist okay. Wenn du ermutigt bist, bist du gestärkt, wenn du verwirrt bist, vielleicht bekommst du heute echten echten glauben und legst deinen komischen Glauben Gott muss immer das tun was ich will endlich ab. Amen. Denn dieser Gott muss tun was ich will ist wie ein Krebs Geschwür in der christlichen Landschaft. Gott ist nicht ein Weihnachtsmann er ist nicht ein Kohleautomat er ist der allmächtige Gott der Schöpfer von Himmel Erde und ihm zu folgen egal was passiert egal der Umstände das ist der Weg zu Freude und Frieden in aller Ewigkeit. Matthäus 4 Als Jesus das hörte dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte zog er sich nach Galiläa zurück. Habt das gelesen? Jesus geht's noch? Jesus was ist jetzt los? Deinen Besten Deinen Best Friend Forever Deinen Cousin Der der den Weg gebahnt hat der der den Weg in der Wüste gebahnt hat den haben sie ins Gefängnis geworfen und du gehst in die gegengesetzte Richtung nämlich nach Norden dort wo heute die Grenze zu Libanon ist. Jesus ging ganz weit nach oben ans Nordufer des Segeneseret und Johannes war 100 Kilometer mindestens südlich von Jerusalem das heißt sie waren 200 Kilometer auseinander damals waren das 8 Tage Reisen man ging am Tag ca. 24 Kilometer Jesus ging nicht in die Richtung von Johannes er ging in die andere Richtung und zog sich in Galiläa zurück und Johannes hat den Weg gebahnt für Jesus Johannes hat den Weg gebahnt für das Wirken und den Dienst Jesus er predigt zu zig tausenden stelle das bildlich vor er predigt zu zig tausenden das heißt er hat einen richtigen Dienst aufgebaut er hat mehr wie 8000 YouTube Follower er hat zigtausende Menschen die ihm zuhören und ihm folgen und dann sagt er folgendes siehe das ist Gottes Opferland das ihn wegnimmt die Sünden der Welt ich bin nicht einmal würdig ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen ich bin nichts im Vergleich zu ihm ich muss abnehmen er muss zunehmen und dann sagt er noch etwas und das ist extrem genial er war vor mir da warum ist das so interessant weil Johannes sechs Monate älter war als Jesus Elisabeth die Cousine oder Tante von der Maria war sechs Monate schwanger mit wem mit diesem Johannes dem Täufer als der Enkel Gabriel zu Maria kam und sagte du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist und einen Sohn gebären den sollst du den Namen Jesus geben Gott rettet Immanuel Gott mit uns sechs Monate war Johannes älter und er sagt da ist er schaut es er an ich habe zig tausend Zuhörer Zuschauer YouTube Follower ich habe sie alle überall aber jetzt gibt es einen Wandel ich bin nicht da um mich wichtig zu machen ich bin da um auf Jesus zu zeigen und er bahnte ihm den Weg der größte Prediger der Zeit hat an Jesus übergeben und Jesus lässt ihn im Kerker schmoren viele Jünger des Johannes gingen sofort zu Jesus und folgten ihm als Johannes gesagt hat folgt dem nach was haben die Jünger von Johannes getan sie haben Jesus nachgefolgt das war der Startschuss von Jesu Dienst Johannes ist der Vorläufer und Jesus war bestimmt dem Johannes sehr sehr dankbar er hat ihn geliebt weißt du dass Jesus Johannes geliebt hat es war sein Cousin er ist mit ihm aufgewachsen wahrscheinlich warum hat er dann gesagt ich kannte ihn nicht weil während sie aufgewachsen sind hat Johannes nicht gewusst wer Jesus ist erst später kam er drauf bei der bei der Taufe vielleicht oder ein bisschen früher aber spätestens bei der Taufe kam er drauf dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen hatte Johannes wuchs mit Jesus auf in der gleichen Großfamilie aber er kannte ihn nicht und später lernte ihn kennen das ist der Sohn Gottes das Lamm Gottes das ihn wegnimmt die Sünde der Welt also was hat Jesus getan für Johannes hat er ihn rausgeholt hätte er ihn sofort rausholen können Jesus hat Fernheilungen gemacht haben wir letztes mal gelernt er hat Fernwunder vollbracht sprich nur ein Wort und er hat ein Wort gesprochen und eine Tochter wurde gesund weit weg er musste nicht einmal da sein um ein Wunder zu wirken und er hat wildfremde Leute geheilt Lazarus lasst er sterben und Johannes lässt er im Kerker schmoren hat er ihn rausgeholt hat er einen Enkel geschickt vielleicht hat er ihm Kekse gebracht ich meine die Bernadette hätte ihm sicher einen Kuchen gebacken wer weiß das die Bernadette hätte ihm sicher einen Kuchen gebacken und vorbeigebracht Jesus bringt ihm nicht einmal einen Kuchen und und sie hätte ihm jeden Tag ein Whatsapp geschickt Bibel wer ist des Tages wer kriegt auch die tägliche Whatsapp von der Bernadette aber eines das ist das ist sagen wir zu einer Meinung wenn Bernadette gelebt hätte der Johannes hätte regelmäßig einen Kuchen gekriegt oder zwei oder einen Topfen strudel der Kirschtrudel ist legendär das war jetzt eine eine Andeutung liebe Bernadette Kirschen strudel für die die nicht wissen die Bernadette sobald sie dich ein bisschen kennt macht sie dann Kuchen ob du ihn willst oder nicht und wenn du sagst ich bin auf Diät sagst es ist wurscht da ist dein Kuchen also wenn du bei uns abnehmen willst und gesund bleiben willst dann meide aber wenn du Jesus richtig kennenlernen willst dann suche ihre Nähe aber was hat Jesus für den armen Johannes getan darf ich euch sagen nix habt ihr verstanden sehr tief nix hat er ihn besucht hat er ihm ein paar Brote und Fische vorbeigebracht ich meine Jesus hätte doch wenigstens die Frau Herodias in ein Brotlaib verwandeln können oder und sie den Fischen füttern hätte alles machen können weißt du wie ich das jetzt wieder gelesen habe es ist so strange Lazarus könnte er sofort heilen er tut er nicht Johannes könnte aus dem Gefängnis holen so besuchen nix er tut das nicht und Matthäus der Matthäus der das schreibt ist dabei der ist Augenzeuge wisst ihr das er sieht alles genau und schreibt alles genau auf noch einmal Vers 12 als Jesus hörte dass man Johannes ins Gefängnis gesteckt hatte zog er sich nach Galiläa zurück Johannes war im Negev in einem Wüstenkerker Jesus war ganz weit oben nördlich am See Genetz nicht weit vom Berg Hermann und nicht weit von der libanesischen heutigen Grenze Israel ist nur 300 Kilometer lang aber das waren über 200 Kilometer Distanz im Vers 13 geht es weiter er blieb aber nicht in Nazareth sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kaffernaum am Seengebet der Stämme Sebulun und Naftali Kaffernaum ist am Nordufer des Sees mehr als 200 Kilometer entfernt von dort wo Johannes jetzt ist ein wunderschönes Fischerdorf wir waren schon dort und Jesus lebte dort Jesus lebte dort während Johannes in einem Wüstenverlies schwitzt und das ist ein Grund warum wir der Bibel so vertrauen können einer der großen Gründe warum wir wissen können dass die Bibel echt ist warum es sich um historische Dokumente handelt wenn das nur ein Märchen wäre würde man den Helden nicht so darstellen weder den Helden Jesus noch Johannes einer der wesentlichen Merkmale für echte historische Dokumente ist die Wahrheit und nicht irgendwelche Beschönigungen Jesus hat ihn im Stich gelassen Matthäus wollte dass wir alle wissen aus irgendeinem Grund wollte Matthäus dass wir alle wissen dass Jesus sich in die gegengesetzte Richtung abgesetzt hat das klingt furchtbar oder das klingt wirklich furchtbar aber wir können wissen dass es genauso passiert ist warum es ist passiert drum schreibt das auf und zweitens als Matthäus das schrieb 20 25 Jahre nach dem Ereignis hatte er die Einsicht zu wissen zu verstehen warum sagen wir mal warum warum Jesus das getan und wer von euch glaubt dass Jesus einen guten Grund hatte das zu tun hat Jesus einen guten Grund dafür tut Jesus irgendwas ohne Grund nein er hat einen guten Grund dafür und weißt du wer der Grund ist die damaligen Leser und du und ich die Evangelien sind so wunderbar nicht weil sie alles so schreiben wie ich geschrieben hätte oder du sondern weil sie wahr sind und wir müssen herausfinden warum warum Jesus das getan hat warum seinen besten Freund schmeißen ins Gefängnis er kann alles und geht aber in die andere Richtung wer weiß dass Gott alles kann tut er alles nein warum diese 86 jährige Frau von der ich vorhin erzählt habe hat zwei ihrer Tochter verloren und ihren Mann und dann gingen sie zu einem Vortrag da hat ihr Mann noch gelebt der Titel lautete in diesem Vortrag in einer Gemeinde in ihrer Gemeinde warum lässt Gott leiden zu und der Prediger hat das ausgearbeitet bis ins Detail der Mann wollte nicht mitgehen aber sie war alleine dort und sie ist dann aufgestanden nach der Predigt hat gesagt Herr Pastor oder Mister warum lässt Gott gute Menschen leiden das war der Titel gute Menschen leiden dann hat er seine Predigt nochmal wiederholt dann hat sie nochmal gefragt warum lässt Gott gute Menschen leiden hat das noch mal kürzer wiederholt und nicht vergessen sie hat zwei Kinder verloren und dann auch ihren Mann warum lässt Gott gute Menschen leiden der Prediger hat gesagt ich weiß es nicht und das ist die ehrliche Antwort ist die ehrliche Antwort er weiß es nicht wer weiß wir können uns alles schön predigen rund am Strich gibt es so viele Dinge die wir einfach nicht wissen Johannes war ein ganzes Jahr in diesem Kerker ein ganzes Jahr keine Kantine keine Bernadette mit Kuchen und wenn du keine Freunde hattest bist du verhungert da gab es kein Nahrungsprogramm Frühstück Mittag Essen Abend Essen nein seine Jünger kamen und brachten ihm Essen und Trinken und ein Jahr lang hört er nichts von Jesus und jetzt kommt das undenkbare liebe Freunde seid ihr noch wach jetzt kommt das Undenkbare der Größte aller Zeiten beginnt zu der Größte aller Zeiten beginnt der Größte aller Zeiten beginnt der Goat beginnt zu zweifeln lese die Bibel der Szenenwechsel erschütterte seine Klarheit und seine Gewissheit Johannes Johannes der Täufer beginnt sich zu fragen ob Jesus ob er ihn wirklich richtig erkannt hat Johannes erhält am laufenden Band Updates von 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 wunderbaren Dingen die Jesus überall tut für andere Frau Frau hat mich verlassen mein Kind ist gestorben meine Mutter liegt im Sterben mein Sohn ist schon zum zweiten Mal im Gefängnis ich habe echte Probleme und du redest von einem Backplatz den du in der SCS erbetet hast und ich will damit nicht das runterspielen aber was ich tun will ist für Johannes war es sicher schwer zu hören was Jesus alles tut während er im Kerker schmort jetzt auch nochmal so warum sind alle gesegnet nur ich nicht warum haben das eine gute Ehe aber meine ist kaputt erstens mal ist es nicht immer so wie es ausschaut merkt ihr das und zweitens einmal dass du Probleme hast ist kein Zeichen für Gottes Abwesenheit Amen und Zweifel sind Teil unseres Glaubenslebens und wenn du nie was hinterfragst wird dein Glaube nicht wachsen wir wollen uns mit den anderen freuen freuen aber manchmal ist schwierig und eines Tages hatte Johannes genug Matthäus 11 Vers 2 und 3 Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seine Jünger zu ihm er ließ ihn fragen bist du wirklich der 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 kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten ist das wirklich echt oder bin ich nur ein Opfer von Wunschdenken ich bin überzeugt hör sie mir zu ich bin überzeugt jesus hat lazarus sterben lassen damit wir heute davon lernen ich bin überzeugt jesus hat johannes im gefängnis sitzen lassen damit wir heute davon stärkung bekommen hat jesus lazarus und johannes geliebt ja hat jesus dich lieb ja aber meine umstände deine umstände haben nichts damit zu tun ergibt das einen sinn ich glaube ja vers 4 5 und 6 jesus gab ihnen zur antwort geht zu johannes und berichtet ihm was ihr hört und seht er sitzt im gefängnis und jetzt kommen sein jünger zurück und berichten was sie sehen und hören blinde sehen menschen die noch nie gegangen sind können plötzlich gehen aussätzige werden rein menschen die nie gehört haben können hören menschen die gestorben sind tote werden auferweckt armen wird die gute botschaft verkündigt aber du johannes sitzt im hefen und es schert ihn anscheinend nicht sagen wir noch wach wer bekommt die botschaft heute wer versteht um was geht der glaube der glaube ist unabhängig von umständen und gott hatte was ganz großes vor mit johannes und ich werde den verdacht nicht los je mehr wir jesus dienen umso häufiger kann es auch gegenwind geben und schwierigkeiten geben du bist eine angriffsscheibe und gott erwartet auch mehr von dir und er lässt dich auch Dinge erleben die andere nicht zu erleben ich weiß es je schwerer deine Vergangenheit war umso größer ist das sprungbrett für eine großartige zukunft werde nicht bitter werde besser okay jesus wir werden ihm das sagen der wird sicher glücklich sein dass allen so gut geht außer jahrelang und jetzt kommt der wichtigste Satz der heutigen predigt seid ihr wach sag einmal der wichtigste Satz für dich und für mich und für alle die zweifeln die enttäuscht wurden die Schicksalsschläge erlebt haben lesen wir Vers 6 gemeinsam und glücklich zu nennen ist der der nicht an mir irre wird lesen wir das gemeinsam da muss eingeblendet werden zuerst okay in der Schlachter Übersetzung steht und glückselig ist wer nicht Anstoß nimmt an mir in der Luther Bibel steht und selig ist wer sich nicht an mir ärgert wer ist selig wer nicht an Jesus Anstoß nimmt egal was passiert nimm keinen Anstoß an Jesus er liebt dich er ist mit dir er ist bei dir und wenn jemand die Entscheidung trifft Anstoß an Jesus zu nehmen kennst du jemanden der Anstoß an Jesus genommen hat den Glauben zu verlassen etc denn entscheidet sich dieser Mensch für einen anderen Weg und dieser andere Weg macht Dinge so gut wie immer nur noch schlimmer ja Gott zu verlassen ist keine Lösung und Zweifel ist kein Grund davon zu laufen Zweifel ist ein Grund bessere Fragen zu stellen was dich zu besseren Antworten führt und vor allem es führt dich zum echten Evangelium und jeder hier so wie ich der als Kind aufgewachsen ist mit dem Christentum ich rate dir ich empfehle dir hinterfrag die Dinge die du gehört hast aber nicht es stimmt wahrscheinlich alles eh nicht sondern frag dich stell dir die richtigen Fragen damit du dort ankommst wo echter Glaube ist das einzige was schlimmer ist als die Enttäuschung über Gott ist der Versuch mit der Enttäuschung ohne Gott klar zu kommen wenn du enttäuscht wurdest du kommst ohne ihn nicht klar damit du brauchst ihn weißt was Jesus sagt letzte Woche sagt er oder steht geschrieben Jesus weinte heute sagt er ich verstehe glücklich ist wer mein Schweigen nicht mit meiner Abwesenheit verwechselt glücklich ist allem folgt glücklich ist wer trotzdem glaubt der größte aller Menschen ich werde ihn nicht befreien und vielleicht befreit er auch dich nicht von allem aber er ist mit dir er ist mit dir und im Römer 8 28 steht denen die Gott lieben eines aber wissen wir alles trägt zum besten derer bei die Gott lieben ich sag dir was dieser Vers ist auch wahr wenn Gott nein sagt dieser Vers ist auch wahr wenn die Antwort anders ist als du glaubst oder wenn sie später ist als du glaubst und ich weiß dass das stimmt liebe Freunde wenn du nur genug glauben hast dann wirst du gesegnet als ich auf dem Bible College war in Amerika haben die Studenten wettgeeifert wer Gott um das bessere Auto glauben kann kein Witz der hat ein Audi mittelmäßiger glaube der fortschrang gescheiten BMW ist ein bisschen besser glaube tatsächlich ich lüge euch nicht an und Freunde so einen Nonsens sieht man in den Worten Jesus nicht es ist nicht das Evangelium das Evangelium ist Gott liebt dich er ist für deine Sünden gestorben das Evangelium beinhaltet auch dass Lazarus gestorben ist und dass Johannes im Kerker sitzen musste aber jetzt kommt alles zur größeren Ehre Gottes und meine Frage an dich ist bist du bereit zur größeren Ehre Gottes zu leben er ließ zwei seiner allerbesten leiden er hatte Großes mit beiden vor über übermäßig Großes vertrau ihm über gib ihm alles dort findest du wahren Frieden und wahre Freude die Wahrheit ist wir wissen nicht warum manche Dinge passieren und da kommen die übergescheiden wieder alles geschieht aus einem Grund hast du schon mal gehört der wird die Wahrheit sagen nein manche Sachen passieren einfach und wir wissen den Grund wird schon irgendwo geben nur er ist uns nicht ersichtlich wir müssen Gott vertrauen auch wenn wir den Grund nicht herausfinden für manche gibt es keinen Grund zumindest nicht für uns wichtig frag nicht immer warum frag lieber was Zweifel ist Teil unserer Geschichte unserer Glaubens Geschichte die engsten Jesus Nachfolger waren nicht immun auch du nicht auch ich nicht wir haben alle Zweifel aber er sagt ich bin mit dir ich bete dir Hoffnung und ihr habt mal was aufgeschrieben liebe Freunde mit dem möchte ich schließen stehen mal bitte auf ihr habt folgendes aufgeschrieben für mich Wer von euch glaubt dass im Nachhinein Dinge sich zum Besten wenden zumindest kann Gott aus dem was passiert ist das Beste draus machen ich habe mir Folgendes aufgeschrieben und ich meine das von ganzem Herzen Folgendes weiß ich Karl Michael weiß das was ich jetzt sage Zeit und Vertrauen es hat Zeit gebraucht und Vertrauen haben mir gezeigt wie großartig Gott wirklich ist ich glaube fest daran dass Jesus meine und deine Zerbrochenheit 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 in Freude verwandeln kann und wird wenn du es zulässt was ist der Schlüssel nicht Anstoß nehmen glückselig ist wer nicht Anstoß nimmt an mir die Menschen nehmen immer Anstoß sind ständig beleidigt aber wer an Jesus nicht irre wird wer sich an Jesus nicht ärgert wer an Jesus nicht Anstoß nimmt ist glücklich ob du im Kerker sitzt oder bösartige Scheidung hinter dir hast ein Kind verloren hast eine Mama hast die gerade an Krebs leidet oder was auch immer und Gott scheint abwesend zu sein ist er aber nicht meine Mama ist gestorben die Zeit vergeht dreieinhalb Jahre sind es her und es war so ein Segen sie waren nur 35 Kilo und wir sind bei ihr im Zimmer gewesen der Gabriel hat Loblieder gespielt wir haben gesungen dazu ich bin heute der festen Überzeugung dass das für meine Mama das Beste war sie ist Jesus sowas von nahe gekommen sie hat zwei drei Monate vorher gewusst es neigt sich dem Ende zu es ging immer schneller und ihre Beziehung zu Jesus wurde immer stärker und selbst am Sterbebett hat sie uns ermutigt und hat gebetet und bis sie nicht mehr reden konnte Freunde Gottes Pläne sind weit größer nimm nicht Anstoß an Jesus warum und wieso ich wiederhole noch einmal folgendes weiß ich Zeit und Vertrauen haben mir gezeigt wie großartig Gott ist wie großartig Gott wirklich ist ich glaube fest daran dass Jesus deine Zerbrochenheit und meine Zerbrochenheit in Freude verwandeln wird wenn wir es zulassen und es ist ein Wow wenn es passiert es treibt mir Freudentränen in die Augen wenn ich nur daran denke wenn ich in den Himmel hineingehe möchte ich nur eines hören gut gemacht du treuer und tüchtiger Knecht und das zweite was ich hören will ist Karl Michael da wartet schon jemand ganz lange auf dich und ich weiß das kommt und ich sage dir von ganzem Herzen mein Wow mein Wow Erlebnis war als ich tiefen Schmerz verspürte und gleichzeitig sage ich mal gleichzeitig eine unbeschreibliche Freude gleichzeitig ich weine jetzt ich denke an meine Mama meinen Sohn ich denke an das was wie es unsere Familie erschüttert hat ich habe euch das nie erzählt aber vor zwei Jahren hat sich unsere Tochter komplett von uns distanziert ein ganzes Jahr hat alles geblockt wollte nichts mehr mit uns zu tun haben wir haben nur gebetet wir haben die Enkelkinder fast ein Jahr nicht gesehen wir haben gebetet und gebetet und gebetet nichts ist passiert und dann es ist mittlerweile wieder sechs sieben Monate her schätze ich circa hat sie sich gemeldet und gefragt ob sie vorbeikommen darf mittlerweile ist unsere Beziehung stärker als vor fünf sechs sieben Jahren noch sie kommt fast jede Woche mit den Enkelkindern lasst eure Kinder leben die Enkelkinder sind es wert und ich sehe jetzt wie Gott arbeitet und manchmal braucht es solche Dinge die wir nicht verstehen du kannst mir glauben ich verstehe Leid ich verstehe wenn du sagst Jesus wo warst du mein Bruder wäre nicht gestorben ich verstehe das ich verstehe auch warum meldet er sich nicht ich sitze im Kerker schon ein ganzes Jahr ich glaube ich glaube nicht mehr an ihn ich verstehe das alles aber mein wow Erlebnis war die Freiheit von Umständen und wo ich erkannt habe ich kann leiden aber auf meinen Knien in der Gegenwart Jesu habe ich immer Freude das kannst du nirgends kaufen egal was du erlebt hast oft sind Christen daran schuld die gesagt haben du glaubst nicht genug also von so einer Gemeinde solltest du nicht austreten sondern davon laufen Amen glaubst nicht genug und wahrscheinlich ist Sünde in deinem Leben sonst wäre das nicht passiert Freunde ich muss leider sagen dass ich das in meiner Familie gehört habe wie ich aufgewachsen bin wenn ich was falsch gemacht habe oder wenn das passiert ist dann möglicherweise straft mich Gott gerade vertraue ihm und nimm nicht anstoß an ihm vertraue ihm da ist die Hoffnung es ist ein wow wenn dein Leid zusammen kommt mit Freude der kennt das kennst du das wer will es kennenlernen beten wir Herr Jesus ich danke dir für all diese Menschen ich danke dir für all diese Menschen und alle die nicht physisch hier sind sondern online ich bitte dich dass du ein echtes Werk tust im Herzen ein Herz dass du das Herz veränderst dass du es weich machst ich danke dir Vater ich bitte dich dass du jetzt wirkst in den Herzen dass du Heilung bringst dass sie deine Freude erleben können trotz Umstände dafür danke ich dir wenn du hier bist und hast keine persönliche Beziehung zu Jesus oder du bist online dabei dann bete mit uns sag ja Jesus ich komme zu dir wie ich bin ich will dich kennenlernen sei mein Herr sei mein Erlöser ich glaube von ganzem Herzen du bist der perfekte Sohn Gottes und dir ist das schlimmste passiert was einem Menschen zustoßen kann du hast es freiwillig getan du bist für meine Sünden gestorben ich danke dir dass du mich gerettet hast ich glaube an deine Auferstehung ich glaube dass du lebst lebe jetzt in mir mach mich neu in Jesu Namen Amen Amen ich bin so froh und auch so dankbar dass du diese Botschaft bis zum Ende angeschaut hast ich hoffe dass du viel Nutzen viel Segen und viel Kraft für dein Leben und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus daraus ziehen konntest wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest dann bitte abonniere unseren Kanal Oase Church und aktiviere auch die Glocke und mach ein gefällt mir unter jedes Video und auch jeder Kommentar den du hinterlässt hilft uns extrem bitte mach das wenn du uns finanziell unterstützen möchtest dann geh einfach auf oasechurch .tv schrägstrich geben wir sind so dankbar für jede Unterstützung und du sollst wissen dass wir ohne deiner Unterstützung niemals so viel bewegen können wie wir bewegen könnten bitte unterstütze uns danke dafür es ist gewaltig was wir bewegen können wenn wir es gemeinsam tun möge unser Herr Jesus Christus mit dir sein jeden Tag unseres Lebens zum inst